Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist der Dürmergang. Wir sind nicht in der Präsenz. Das ist der Dürmergang. Das ist der Dürmergang. Oh, schau! Oh, schau! Oh, schau! Das ist der Dürmergang. Ja! Oh! Musik Fahr diese Huren-Söhne platt und ruf am besten jedes Mal, wenn du einen erwischst. Dann weiß ich, wann ich jubeln kann. Musik 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 Du wolltest dich von mir verstecken! Du wolltest dich von mir! Wie du mit dem Truck umgehst, hätte mein Dad stolz gemacht, Deputy. Und jetzt bring ihn heim nach Falls End, wo er hingehört. Verdammt! Heilige Scheiße, was sehe ich? Scheiße, was wollte ich sagen? Äh... Sorry, wo war ich? Oh, muss schon sagen, Deputy, den Truck meines Vaters wiederzusehen weckt wirklich Erinnerungen. Ich hab früher immer hier gestanden, wenn er nach Hause kam und winkte ihm von Weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz. Mein Vater hätte dich gemocht. Wenn du den Witwenmacher mal fahren willst, musst du nicht erst fragen. In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dich wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Alles klar? Danke nochmal, Deputy. Da möchte man gleich kämpfen. Wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätten wir alles verloren. Verdammt! Hallo, hier ist Snickrack! Geht's um meine Unsicherheit zu überspielen. Ich mach mich dann immer gut. Hallo! 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 Ich kann dir gar... ...danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist! ... 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 Ich hab immer gesagt, dass ich in Falls End sterben werde. Aber ich bin froh, dass es nicht so war. Ich hab immer gesagt, dass es nicht so war, dass es nicht so war. Ich hab immer gesagt, dass es nicht so war, dass es nicht so war. Wir stecken hier fest. Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, ich... Meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsdoselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. Nur, so wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, dass es ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Ich bin echt verzweifelt. Ich bin echt verzweifelt. UNTERTITELUNG Das war's für heute. 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 Schalte sie aus. Das war's für heute. 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 Willst du es wirklich aufgeben? Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein grisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, Deputy. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Ha? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf.